Oh mein Gott, der wird so auf die Backen bekommen. Ich bin nicht mit dem Speer irgendwie. Ich glaube nicht. Jetzt komm schon. Da ist der aufgezogene Kopf nicht. Die Gegner kenne ich... Oh, ist explodiert. Die Gegner kenne ich alle noch gar nicht. Ich kenne auch viele davon nicht. Ich hau die ganze Zeit alle kaputt, aber irgendwie... Da kommen immer stärkere Gegner. Da kommen immer mehr vor allem. Na ja, mehr nicht unbedingt, aber stärkere auf jeden Fall. Sollte ich vielleicht auch mal mitwerfen. Ja. Da kommen eigentlich die ganzen Kürbisse, die auf dem Boden liegen. Ja, wenn wir welche töten, dann droppen die Kürbisse. Ach so. Ey, ich finde die Schamanen zu lustig. What the hell? Ey, da sind welche, da sind selbst Schmottattentäter verdammt. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich mach's denen keinen Schaden. Kranke Azis. Aber die Mörser müssen wir unbedingt durch. Schon irgendwie lustiges Event, bloß es dauert zu lang. Ja, na ja, ist mal interessant. Ich find's witzig, dass beide Events Raid sind. Ey, da sind so, äh, aufziehbare Kopflings. Die laufen einen zu nett redieren, ne? Ja, die sind voll assi. Ja. Mann. Ich stirb. Scheiße. Ich hab' wieder so'n gerissener Homo früher. Wohin, nehm' auf. Nehm' auf. Oh, es wird Verabrede. Grat, wird's übel. Au, der hat mich beworfen, der Homo-Fürs. Ich stehe jetzt. Ich stehe jetzt perfekt. Kommt mir das nur so vor, oder brenne ich? Oh, die Frist, Alter, scheiße. Okay, dieses Event ist echt saugeil. Aber es dauert zu lang. Hört auf! Du wärst mir scheiße, das dürfen nur wir. Ah. Na, diese scheiß explodierenden Mistviecher, das ist voll krass. MT. Ist auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen. Diese Seite muss ich nicht hinbekommen. Au. Keine Ahnung, weil die auch die ganze Zeit Kürbisse werfen. Ja, aber die helfen ja nur das kaputt zu machen. Nein, wenn die Wüste tot macht, dann haben wir gefehlt. Ja, ich weiß, aber ich mein... Wahrscheinlich muss jeder einen Anfall auch draufhauen. Oder so. Ey, ich bin gleich totverdammt. Ist nicht schlimm, ich finde ich das. Toll, trotzdem finde ich das nicht begeistert. Oh, der eine ist schon ein bisschen tot. Ich glaube, wir müssen erst den grünen totmachen, oder? Wahrscheinlich müssen die auf den einen und die auf den anderen spielen. Vielleicht mache ich deswegen die ganze Zeit keinen Schaden. Aber die werfen ja auch auf beide. Weil die dumm sind. Boah, krasse Scheiße, ey. Ja, wir haben ja die Diskussion über logischen Spielen, gell? Ja, aber da hatten wir uns geeinigt. Spiele sind nicht logisch. Es gibt kein einziges Spiel, das logisch ist, oder realistisch. Nicht mehr irgendwie Sims oder so, das ist realistisch. Ja, ja, ja. Scheiße, Sims, Sims ist... Die reden komisch. Oh. Ich mag Sims nicht so gerne. Keine Ahnung. Sims habe ich eigentlich nur das eine gemacht. Nein, also ich finde Sims voll langweilig mit der Zeit. Es ist einfach... Ja, es hat sich ausgelutscht. Naja, es kommen schon neue Sachen dazu immer. Ja, schon klar, aber irgendwann... Es ist halt immer dasselbe Prinzip. Ach, F***. Komm, es müsste als nächstes eine Online-Sims rauskommen. Dass man seine Freunde online suchen kann, oder so ist. Gibt sie eigentlich schon. Aber man kann nicht mit denen so... Echtzeit interagieren. Also es gibt's ja in Facebook, so. Toll, Facebook. Oh, Mann. Ich denke immer, okay, jetzt mach dich kaputt. Und dann ist es so ein Scheiß-Selbstentzündender. Ja. So, hinter dir... Wie, ich ihn trage mir in den Wolter und die... Ich muss von da weg springen. Jetzt stirb. Von, sei der Experte. Bam. Und ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Leicht mich, leicht mich. Was ist denn das lustig? Scheiße, ich bin gleich dauernd. Ja, und jetzt taucht mitten vor mir so ein gerissener E-Ton nach. Warum kommt eigentlich nur so ein gerissener E-Ton nach? Ich habe keine Ahnung, die anderen können sich nicht leiten. Die ist nicht so gerissen. Nee. So. Stirb. Stirb einfach. Arm. Stirb. Burn. Was ist das Kacke? Oh, wie da wieder so ein kleiner Scheißer ist. Nein! Oh nein! Geh weg! Feuerball. Ach, er lebt's noch. Ach nee, ist er nämlich nochmal getroffen. Ich frage mich echt, wie lange das noch dauert. Ich auch. Ich hab nämlich bald kein AP trinken mehr. Obwohl doch, ich hab noch viele. Ich hab noch 16. Ich hab 12. Oh, scheiße! Ey, ich mach voll oft mein Zorn gleiten auf die und dann fliege ich mit in die Luft. Das ist schon fast kaputt. Das geht immer weiter kaputt. Siehst du? Das hilft mich mit Kürbissen ab, ey. Ich glaub, das ist gut was. Boah, ich brenne schon wieder. Die Musik wird langsam ein-tönig. Komm auf. Ey, wie ich von hinten die ganze Zeit mit Türbissen gebrochen werde. Ich kille erstmal wieder ein paar. Ich kille auch schon. Halt, aber... Ich bin mir irgendwie nicht. In your face. Ahm. Das Dumme ist. Mit meinen Flächenattacken mach ich die Kürbisse auch kaputt. Was? Mit meinen Flächenattacken mach ich die Kürbisse auch kaputt. Ich glaub wir müssen sie schon mit Kürbissen töten, die Kürbisse, sonst gehen die wahrscheinlich nicht. Ja, gehen sie auch nicht. Ich hab schon mit Sperren drauf geschmissen, aber... Ich mein eigentlich, dass ich mit den Flächenattacken meine... äh, die kleinen Kürbisse kaputt mach. Wie die dann nicht mehr werfen können. Ich nehm mal einen Trang. Geh. Einen ersten. Okay, langsam wird's zu Boden. Jetzt werd ich einfach... Die... Die ist sowas von kaputt. Nein, ihr werft nicht. Komm schon. Die können doch euch auch werfen. Dann geht's schneller. Und dagegen, dass die werfen. Komm schon, die kaputt. Ach, diese scheiß Selbstmörder. Ja, ich find die auch kacke. Die werfen einen immer voll aus der Bahn. Ja. Ich frag mich, ob's die, ähm, nur in den Event jetzt gibt oder ob's die auch so als Gegner gibt. Oh mein Gott, die wären so geil als Gegner, glaube ich, später. Nein, ich mein, die bring ich einmal unfertig. Ja, ich weiß, aber die machen einen so halt übelst kaputt. Und das wäre mein interessanter Gegner, so beim Endboss. Wenn dann noch so ein Mistviecher die ganz... Boah, scheiße. Ja, so ein Chief Tail stell dir mal Chief Tail mit ganz vielen von den Dingern vor. Nein, das ist nicht gelungen. Also, das ist nicht gelungen. Wir haben das nicht geschafft. Oh, hey. Hä, haben wir dich nicht zerstört? Nein, ich mach nicht die Gegner-Code gemacht. Aber ich würd sagen, wir machen das nicht nochmal jetzt, oder? Ja, keine Ahnung. Ich würd sagen, wir machen... Die Story weiter. Ja, oder wir machen einfach eine Pause und suchen uns eine Gruppe. Meinst du? Ja. Okay. Dann würd ich sagen, ich mach hier mal einen Cut. Und wir suchen uns mal eine Gruppe und machen das mit denen zusammen. Ich tue's nur mal nochmal zusammenfassen und nachdem wir das so mal... Nein, du erholst genau das, was ich gesagt habe. ...gemacht haben, machen wir mit der Story weiter. Nein, nein, nein. Ich artikuliere hier sehr stark in meinen Händen, obwohl ihr es nicht seht, aber egal. Tschüss. Verhalt deine Hände mal schön an der Tastatur. Ich hab tschüss gesagt. Okay, tschüss. Ja.